so freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge wie es wieder live eigentlich live in der aufnahme mein kumpel kommt auch gleich hoffentlich aber noch überhaupt kommt hihihi warum nicht eingeschlafen ist freunde wir sind auf meinen freundes server gamro.de ich habe die neueste version und wir spielen auf dem server von ihnen beste server der welt wenn ihr mich treffen wollt ich bin auf farmwelt 1 sag ich jetzt mal und ja ich baue hier alles flach dass alles gerade ist dass neue leute kommen können aber ich glaube eher nicht dass kommen welche kommen würden die base muss ich irgendwie so verstecken dass keiner kommen kann der macht sich was aber ich weiß nicht was genau ich habe jetzt geschlafen aber wieder genug vier steine 8 eisen da könnte ich dreimal 123 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß na ups na ups wir machen das riesig groß und flach da wenn sich die leute die sich fragen also mein display hat sich gerade geändert wie spät haben wir es freunde 0 uhr 8 ja da sagt er geht offline mit dem stream da bin ich mal gespannt hoffentlich geht er auch nicht offline zauber durchsprecher obsidian ähm levels buchfeder das werden wir alles auch in der nächsten folge holen oder schon in dieser folge weiß ich noch nicht ganz genau hauptsache wir holen es noch aber dass wir keine smart mobs bauen online ohne blog sieben stunden geht naja ich höre man programmieren kann aber ich kann es nicht muss ich meine schwester fragen vielleicht kann sie mir helfen ähm ich werde er schläftlich ein er ist wieder da hallo ok er redet nicht das ist merkwürdig dass ich weiß wo ich lang muss ich brauchen kompass irgendwie irgendwie stellt man so hier in der wettbank da ach ich weiß doch nicht selber wie belastend voll ja wir brauchen noch mehr hier höhere strecken dass wir hier war darüber laufen können wenn du reden willst kannst du machen kann muss beziehungsweise janik wenn du nur in der walt musst du nichts kannst du bitte auf na hast du mich vermisst was ist passiert doch bis bist du nur live offline gegangen sag erstmal hallo zu meine zuschauer also ja wir sagen hallo da machen wir seitdem so doch ich dachte du wolltest bis für wach bleiben dachte du wolltest bis für wach bleiben und was machst du mit mir dann bitte nicht oh nein und was das ist ja nicht gut noch kommen was machen wir mit 42 privat oder hier auf dem sauber was essen nein ach so du wolltest im video aufnehmen ach so dass wir zu machen ok doch bist du hast meine zuschauer drücken die auch die daumen dass du schaffst was 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 wieder aufstehen ich 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 es ich 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 mich ich 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 du schläfst doch gleich noch ein doch sehr oft ist gut auflegen schon mal du bist noch fähig mit mir dann noch zu reden für dich allein oder wie doch ist was schlimmes passiert lass mich ran feuerwehr was sag noch mal ich habe es kann ich bin ich brauche nur in meine aufnahme du willst du kannst mir gefallen tun du hast doch gesagt dass was schlimmes passiert ich mag er nein Sag, dein Kumpel muss es wissen. Nein. Oh. Aber da wurde das Verteidigstund zu öffnen oder wie. Oh. 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 Sie haben einen Röss. Sie haben einen Röss. 01. 01. Es ist ein Fortschritt, das ist ein Fortschritt. Es ist ein Fortschritt. Das war ja. Ich bin so. Ich bin so. Meine Damen und Herren! Oh, das ist noch! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.